So, mal mit nem Rucksack wiederholen. Mann! Ach ja, okay. Was? Da! Mann! Mann! Endlich. Warum klang das so dumpf, Alter? Das Audio bringt nicht um. Ich hoffe, es sitzt keiner am Maschinengewehr, Alter. Das hat mich schon ein paar Mal das Leben gekostet. Da sitzt keiner. Okay, dann raus hier. Oh, ist jetzt noch einer am Maschinengewehr? Oh, hinlegen, hinlegen! Weiter! Ich kann nicht weg! Scheiße! Heilung! Wo, wo? Meine Binde, meine Binde! Wo ist meine Binde? Scheiße, da! Komm! Zieh! Mach! Oh nein! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Das ist eine sehr ungünstige Position hier. Der ist irgendwo links. Das ist eine Scheiße, dass ich hier schleichen muss. Aber ich konnte es wieder akustisch irgendwie nicht richtig lokalisieren. Das klang ziemlich laut eigentlich, sein Laufen. Oh! Da ist ein Gebüsch. Irgendwo da links. Da ist ein Gebüsch. Ich wüsste, wie weit der weg ist. Jetzt könnte ich um die Ecke stürmen und einfach ins Gebüsch ballern. Das werde ich auch gleich machen. Scheiße! Das ist zu spät. Zu spät geschossen, Alter. Wo ist er hin? Im Bad oder was? Ich habe doch Metall gehört. Was ist da hinten? Versuch. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Habe ich ihn? Ich glaube ich hab ihn, oder? Jedenfalls ist er schwer angeschlagen. Hoffe ich. Ich hab Blutung, ich hab Blutung. Naja, sehr günstig auf der Treppe, aber... So, komm. Ja, da liegt er. Glück habt ihr. Ey, reiß dich am Riemen. Arschloch. Ich glaube, das Spiel hat das noch nicht begriffen, dass ich tot bin. Ach so? Ich liege da mit schwarzem Bildschirm und hör aber die ganze Zeit noch nie geballert. Oh Mann ey, ich geh mal kurz was drin holen. Ja. Na, kann ich mal? Kann ich mal? Durchsuchen, bitte. Durchsuchen. Alter. Jetzt. Mann. Oh Mann. Ich bin wieder da. Die Köche. Drecksspielerbisch erschossen. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung, eine Atombombe? Ist gerade einer verreckt, oder sowas? Boah, was ist denn? Junge, beruhigt euch. Ich hab die letzte Karte, aber die bringen mir alle nix, weil ich sie nicht verkaufen kann. Ich hab die letzte Karte. 60.000. Geh. 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 Teug. Oh! An! Alter! Wann bist du raus? Wahrscheinlich gleich, wenn sie mich erschossen haben. Ich warte darauf. Ein Freund, der am Buber steht. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Da musst du den Korn und Whisky verkaufen, dann hast du wieder Cola. Alter. Das war mit innen Verordnung. Oh, da ist einer. Scheiße, zu früh geschossen. Ich mach mich mal vom Acker hier. Der Skechspieler macht mir noch Sorgen. Oh, da kommt. Irgendwer kommt. Schieß! 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 Ah, von draußen. Keine... Ich blute. Ich blute. Nichts. Kein Splinter. Ich kann nur hoffen, dass der da draußen irgendwas zur Heilung hat, sonst verblute ich hier. Oh, ich muss mal in die Taschen gucken. Oh ja. Schnell! Ach da! Oh, ich... Ich hab schon wieder Blut, Alter. Hallo. Ja. Ich bin da unten jetzt mit Carsten Hatsch. Da war doch eigentlich rein, oder? Oh ja. Oh ja. Oh ja. meine schießkünstler weg, aus wo ist er hin? wo ist er hin? wird er zurückgerannt? oder hier unten? scheiße ach da liegt er ja ich habe ihn erschossen krass oh level 15